So, hi, ich bin Julian, nun 26 Jahre alt und ich habe letztes Jahr 2022 im Oktober meine Haartransplantation bei Elitel durchgeführt und nun ist es elf Monate später, bald sogar schon zwölf Monate später und wie immer in jedem Video zeige ich euch heute meine Haare, wie sich meine Haarpracht entwickelt hat ich bin weiterhin extrem zufrieden, heute ist leider ein bisschen schlechter gefilmtes Video weil mein Stativ für meine Kamera kaputt gegangen ist, ich muss es nun im Handy aufnehmen, genau gut, also was hat sich entwickelt, meine Haare sind immer noch sehr dicht es hat sich im Grunde nichts negativ verändert, ich bin extrem zufrieden damit ich zeige es euch mal jetzt von der Ferne wieder und dann werde ich mein Handy greifen und es von näher zeigen Meine Box mit den ganzen Supplements von Elitel, da habe ich jetzt erst die zweite gebraucht also sie hat mir fast ein ganzes Jahr gereicht, die kostet 200 Euro mit dem Code Elitel15 also normalerweise kostet sie 240 Euro, aber mit dem Code Elitel15, den ihr hier unten nochmal in der Beschreibung findet, kriegt ihr 15% Rabatt auf diese Box so, recht viel mehr gibt es nichts zu sagen, jetzt zeige ich euch wie immer noch meine Haarpracht von näher so, der Einfallerkelz halber werde ich heute mal quer das ganze füllen so, hier ist der Ansatz nochmal zu sehen von oben meine Haare von der Seite und voll hin so, ich bin wirklich extrem zufrieden mit dem Ergebnis ich kann jedem nur empfehlen zu Elitär zu gehen und wenn ihr gehen möchtet, kriegt ihr hier meinen Rabattcode auch noch unten in der Videobeschreibung dann bis zum nächsten Monat Ciao, ciao! und dann bis zum nächsten Mal